In Rostov beträgt die Temperatur momentan 2 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Heute ist mit bewölktem Wetter sowie einer Höchsttemperatur von 5 Grad und einer Tiefstemperatur von einem Grad zu rechnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo erstmal und wie ihr merkt, heute wollte ich es kurz halten. Ist mir auch gelungen, weil ich eigentlich nicht viel gemacht habe außer Playstation zu spielen und Netflix zu schauen. Ja und das Schöne ist, morgen habe ich frei, das heißt morgen kann ich ein bisschen mehr machen als sonst. Es steht auch schon was an, wir müssen mit Angis Auto zu einer Werkstatt, die da Folien drauf klebt. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall machen und natürlich sehen wir Angie. Ja, das steht morgen an. Mal sehen, was wir sonst noch so treiben werden, aber für heute soll es das mal gewesen sein. Ich wollte es heute einfach mal einfach ruhig und kurz halten. Also, bis denn, ciao!